Um Baiser selber herzustellen, benötigen wir nur drei Zutaten. Für mein Rezept verwende ich drei Eier, 150 Gramm Puderzucker und ein bisschen Zitronensaft. Und dann könnt ihr mir auch dabei zuschauen, wie ich die Eier trenne. Das mache ich einfach so, dass ich die Eier aufschlage und dann praktisch das Eigelb auffange. Auf gut Glück! Es gibt dann natürlich auch andere Methoden, aber das ist jetzt halt so die Methode, die ich mal am meisten verwende. Wenn das Eigelb getrennt ist, kommt das Eiweiß in die Küchenmaschine und wird dann auf höchste Stufe aufgeschlagen. Zuvor gebe ich noch etwas Zitronensaft hinzu. Natürlich könntet ihr das Eiweiß auch mit einem normalen Mixer aufschlagen. Das dauert allerdings etwas länger und man muss etwas geduldig sein. Den Puderzucker gebe ich dann löffelweise in das Eiweiß hinzu. Nach etwa 6-7 Minuten sah mein Eiweiß dann so aus. Die Masse muss richtig fest sein und nicht mehr abtropfen. Um der Eiweißmasse eine schöne Form zu verleihen, werde ich hier einen Kühlschrankbeutel, einen Gefrierbeutel benutzen. Da schneide ich ein kleines Loch rein und gebe meine Sterntülle hinein. Die Eiweißmasse wird in den Gefrierbeutel gefüllt und das Ganze wird dann auf ein Backblech, das mit Backpapier ausgelegt ist, in beliebigen Formen gespritzt. Ich mache viele kleine Baisets, die dann handlich sind und hoffentlich auch sehr schick aussehen. Und dann mache ich auch noch ein paar größere, die ich dann als Törtchenbohnen verwenden werde. Das Ganze kommt dann in den Backofen bei ca. 100 bis 120 Grad. Und dann sollte das Ganze mindestens für 70-80 Minuten im Backofen bleiben. Also meine waren definitiv länger als 80 Minuten drin. Ich habe nach den 80 Minuten den Backofen ausgestellt und habe die Baisets noch im Backofen auskühlen lassen. Allerdings sind sie mir dann ein bisschen beige-weiß geworden. Das sollte natürlich nicht passieren, am Ende sollten sie noch schneeweiß sein. Aber dass sich die Farbe minimal verändert, ist natürlich kein Problem für den Geschmack. Baisets lassen sich hervorragend zum Tee oder zum Kaffee servieren. Ich wollte hier noch eine andere Variante ausprobieren. Deswegen habe ich kleine Törtchen draus gemacht. Dafür nehme ich etwas Schlagcreme oder ihr könnt natürlich auch Schlagsahne aufschlagen. Und dann hatte ich hier frische Nektarinen, die ich einfach so klein geschnitten habe und unter die Schlagcreme hebe. Das Ganze wird dann löffelweise auf die Törtchenbohnen gegeben. Vielleicht noch etwas dekoriert, damit das Ganze schöner aussieht. Und dann kann es auch schon verzerrt werden. Die Törtchen habe ich für den Muttertag zubereitet, unter anderem natürlich. Denn früher als Kind habe ich mir von meiner Mama immer diese Baisets gewünscht und sie hat sie mir dann gebacken. Und heute wollte ich sie mal für meine Mama backen. Und wo wir schon mal beim Thema sind, wünsche ich allen Mamis einen schönen Muttertag. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!